Eigentlich nicht Red Song Clays und Ink-Sack. Also, schwer würde ich eigentlich nicht nennen. Ich würde dann hier, ähm... So, okay, go. Ja, dann kommt mal her. Also wir haben das Wichtigste jetzt erstmal mit. Natürlich fehlt noch einiges. Ja. Oh, sorry. Warte. So. Ah, sind da 34 Kakteen, die können weg. Na? Wird jetzt nochmal Tag. Ähm... Gib mir deine EP. Okay, ähm... Zuckerrohr mitnehmen, ja, oder? Ja, 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 ja. Aber da haben wir eigentlich auch genug von, oder? Ja. Problem, äh, nix im ME-System, und... Ach so. Also das hattest du definitiv nicht reingepackt. Ah, okay. Wegen Zauberei, ja. Ach so, wir haben da drüben, genau. Okay. Okay, ganz Deck reicht. Ist ja eh ein bisschen Unkraut, ne? No. Und dann kommt mal her. Guckt euch mal ein komisches Haus an. Was ich gebaut habe. Also bis jetzt bin ich noch nicht mit. Das reicht ganz gleich. Äh, 3, 2, 3, 4. Das ist dann eine Kammer hier. Äh, Jule, kann ich dir noch was geben? Ja. Also mein... Ach, scheiße, mein Inventar ist voll. Hast du vielleicht irgendwas... Äh, hast du noch irgendwelche Samen, die nicht ganz, äh, 64... 64er Stack sind? Ne, ja. Hm, die hab ich alle weggeworfen. Hast du noch... Gut. Doch, ich hab noch 50 Kartoffeln. Werf mal alles weg, was du... Äh... Was brauchst du nicht? Hier sind die ganzen Karotten. Ey, so viel Platz hab ich gar nicht. Ey, da kommt doch... Sonst hier sind schon wieder 3 Inventarplätze frei. Okay, ja, warte. Dann nimm mal bitte... Das auf... Das... Und das. Ich muss noch ein bisschen, äh... Also für... Kack-Themen muss ich noch ein bisschen... Hier den Sand mitnehmen. Die müssen eh gleich nochmal so oder so laufen. Also so ist nicht. Mh... Aber halt... Aber halt... Bringt die mit... Ich weiß auch dort mit. Ja, da hast du genug da. Ja, ich mein so. Und im MW-System sind da... Ist glaub ich auch Dirt. Jo... Und go... WTF? Da hat sich jemand runtergebaut. Hä? WTF? Was denn? Okay. Hä? Da hat sich jemand runtergebaut. Okay. Nice. Hä? Warte, ich zäun das grad mal ein. Ach scheiße. Ich hab keinen... Kabelzaun oder so dabei. Okay. Was ist da für ein Haus? WTR? Ja. Na, ich hab mir jetzt überall meinen Waypoint mit den Namen derjenigen gesetzt. Und ich glaub ich müsste auch alles drauf haben. Aber Dings meldet sich auch nicht mehr, gell. Hier Dings. Typ. Du weißt wie. Weiß wie. Hoffe ich. Hi. Ja, hier Dings auch genommen hat. Ah hier, wie heißt der? Perfect Dude. Perfekt Loot. Ja. Ja. Hm. Ich schreib ihn mal an. Jo. Ich hab den gleich auf Skype. Ah. Also wir zwingen hier keine zu machen. Also gar keine Ahnung. Nee, aber ich mein nur, wenn die meine Sachen hier, dann brauchen wir die ja nicht öfter weißt. Das ist doof gesagt. Ja, ich weiß. Aber... Ist nun mal so. Jo. Affel. Ähm. Okay. Ähm. Bei einem bestimmten Holz wieder. Oder... ... 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